Hallo Leute, hier geht's weiter mit Shadow of the Tomb Raider, drittes Let's Play. Weiter geht's. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet, verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey. Da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Wir versuchen bis morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, brauchst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kovac Jakob absetzen. Dann los. Ich kann euch bei Kovac Jakob absetzen. Der Sturm. nosuer Sie noch nicht einmal? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020